Kommt schon, Freunde! Wer als erstes da oben ist? Wow! Scutios Malereien sehen von hier oben toll aus! Mal sehen, ob Scutio Hilfe braucht! Bike Buddies! Schmerz aus! Sieht gut aus, Scutio! Danke! Ich bin wirklich glücklich damit! Äh, Scutio, warum bist du blau? Malen macht viel Dreck! Ich komme jetzt runter! Hey, hey, hey! Hilfe, Ricky! Hilfe! Halte dich fest, Scutio! Wir holen dich! DJ, kannst du die Leiter von deiner Werkzeugbox benutzen, damit sich die Plattform nicht weiter verschiebt? Es ist zu hoch, Ricky! Warte, ich hab's! Tolle Idee, Lu! Wenn wir die aufeinander stapeln, dann müsste DJ Slider hinreichen! Werkzeugbox aktivieren! Tolle Arbeit, Bike Buddies! Aber wie soll ich runterkommen? Keine Sorge, Scutio! Ricky, dein Retter in der Not! Jetzt musst du dich mit deinem Lenker an das Seil hängen und heruntergleiten! Ich weiß nicht so recht, Ricky! Es ist so hoch! Du schaffst das, Scutio! Los, Scutio! Du machst das schon! Hui! Das war ganz schön knapp! Ja, wer hätte gedacht, dass Malen so schwer sein könnte? Ich nicht! Aber trotzdem finde ich, dass Blau eine gute Farbe für mich ist! Es hat schon Spaß gemacht, mal ein bisschen grün zu sein! Aber ich denke, für heute hatte ich genug! Ich weiß genau, was wir jetzt brauchen! Motorradwäsche! Wuhu! 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 Wuhu!